1 2 2 3 4 5 6 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 16 15 14 16 16 16 18 19 20 20 21 21 22 22 22 Oh, der zielt hier ab, wenn du genau raufgeschossst und da kommst. Du bist anders. Dankeschön. Vielleicht muss ich mal gucken, ob du liegst. Alle auf nach Palace. Das wird, glaube ich, schwierig, oder? Ne, geht schon. Dankeschön. Oh, kein Ding. Also ich saß nochmal, bitte. Das ist gerade bei Palace sammeln. Ja. Kannst du mir sogar auch in Palace was bauen. Was kann ich für das bauen? Ja, alles in range. Ja. 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 wenn wir ganz los finder ab 23 ein wenig ausgeschaltet bei den marken haben wir einen rallye irgendwo im süden garantiert da ist noch ein sniper irgendwo im süden ich hab noch keinen feind gesehen ich hab auf den feind geschossen da war schwertmacher c also wie gesagt das primäre aufgabe palace verteidigen so dann werde ich noch mal schnell letztlich fahren willst du da ein neues reiter setzen kann man machen ja kann sein dass hier immer noch süden irgendwo sind äh ich denke ich noch an der haufe eingangstür steht wieder heizen holzbarrikade auf der holzbarrikade das ist dann sagt er mit der mittag schaufeln kommen noch mehr von der brücke runter genau östlich von euch schon am gebäude dran genau bei dir vor dir müsste was sein ja die sind damit über die brücke zurückgekommen fleißig ja haben gerade zwei leute die straße gegen gewinnen noch mehr hier kennen nicht alle eingänge hier Verteidigte ist nach kurz, wenn wir das machen Schaufeln geht weiter, Herr Mentoran Eingang ist Mehrere Feinde im Osten bei Skur, direkt meine Position Ich lege mich hinten rein Lassen wir gucken, dass die im Osten nicht über die Mauer springen Hier direkt gegenüber 60 Danke Das wird jetzt schön eklig auf der Kampf Wer hat mich denn jetzt hergeschossen, bitte? Ich bin ein RIP Ich bin ein RIP Ich bin ein Truck habe ich schon eine ammo box gesetzt gut dann bauen wir hier noch weiter zu ich brauche mal jemand zum schaufeln bitte wer ist noch mit mir hier es deckt niemand süden und ost ich brauche dich mal bitte bei mir zum schaufeln nur mal bitte strax hier die wand hochschaufeln ist jetzt da eine sandsäge oben drauf und dann kann es weiter ziehen das hat der medic da umgehauen von rechts auf der brücke seiner auf der großen also wieder selber richtung norden ja ja einen habe ich war nur einer ok logi ist gleich da und müsste gleich in die luft springen irgendwie haben die auch was gesprengte im norden da haben wir ein rallye im norden da ist jetzt schon das code die läuft mir zum dritten mal hier rein bei school das ist der medic wieder ja der ist da und ja den ja die sind schon an der westlichen straßen die das ist die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also 3 hab ich da jetzt schon geholt Das sind massive Focken die lauter dicke oder was? Oh fuck ich hab hier hinten einen Feind Ohhhh hier hinten beim Lodschi Ja Oh fuck Restlichen Sniper der hockt hier hinten Hub ist nicht mehr spawnbar Hub ist nicht mehr spawnbar Ja wir haben mehrere Wow Ja die sind zu nah Deswegen Ja korrekt versucht Ähm gerade die Leute die noch außerhalb sind Den Sniper dort hab ich Aber ich hatte hier unten südlich jetzt vom Lodschi hier Hast du Schütze? Hast du Muni? Keine Ballade mehr Oh ne ich bin AT Oh ich hab mal Trader da Ich hab ihn Weißt du auch nicht warum auf der Map aber Ich saß drüben äh Palace gegenüber in Moschee Wieder nichts von Lodschi Strix Genau ich lief von dir Wirst du ein paar sein Ja Hab ich sogar 3 von Danke dir Oben drinnen Feinde oben drinnen Wir haben jetzt massiv Kontakte auf Palace Wir werden es wahrscheinlich nicht halten können Wir greifen zu wenig an Greifen zu wenig an Lelle nehmen die D2 von Squad 3 dann nehmen wir mit Gibt es auch keine Tygnen Body-Raudi sitzt Raudi in 50 Keine Ahnung, wo die Gegner rumhängen, das so wird Ich find's ganz cool, so ein bisschen Häuserkampf Das ist ein schöner Map eigentlich Cap-Status Radio Das ist fast auf Hälfte runter schon Wo kommt der denn jetzt hier, keine Ahnung 15 am Rett 20 20 Tick Die holen sich gegenseitig wieder Servi? Ja Du hast nord-westlich irgendeinen Ja, 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 ich hab hier schon 2 geholt Weiß nicht, die sind hier echt irgendwie überall In der genaue Richtung müsste irgendeiner sein Die können aber nicht so viel mehr Tickets haben als wir Vielleicht nicht Ich hab keine Ahnung wo die überall herkommen, wo die ihre Spawns haben oder so Hier steht der... Neun Tickets Ich noch Neun Tickets, das wird nicht aufgegeben In der 2. Straße von... Äh, der 2. Brücke Da standen Logi Wenn wir die Flagge verlieren, ist sie vorbei Servi Äh, ja, was? Logi, von denen? Ja Ja, wir standen mal Auf der 2. Brücke von unten Wir würden noch ein paar Tickets geben Fuck Hier oben ist immer noch einer Okay, wir sind aktuell gestoppt Okay, wir sind aktuell gestoppt Ey, wo kam der denn her? Der steht hinter der Tür, dieser Poster Hallo, hallo, hallo Ich hate das Einen Ich zeig die haben auch so 35 tickets Oh, den Bonjour shown in沒 disabled, die müssen never forbidden yhey xD least most xD xFF xD 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 Untertitelung des ZDF, 2020